Musik Ja, wir sind in der Baumschule Artmeier in Riesenbeck. Das ist in Nordrhein-Westfalen, in Münsterland. Und hier betreiben wir eine Baumschule. Die Baumschule besteht seit 1952. Wir beschäftigen ja rund ca. 80 Mitarbeiter. Ein reiner Containerbetrieb, das heißt ein Betrieb, der Pflanzen in Töpfe produziert. Schwerpunkt sind Rhododendron, Koniferen, Bodendecker, Hortensien und Heckenpflanzen. Musik 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 Die KIA-Anlage, die wir dieses Jahr installiert bekommen haben, ersetzt eine Topfstraße aus dem Jahre 2004. Mit dieser 9. KIA-Anlage haben wir den großen Vorteil, dass wir neben der Einsparung von mindestens zwei Mitarbeitern an der Maschine eine höhere Leistung haben und eine höhere Qualität. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017